grenen toll mini akku kettensäge könnte sich diese mini elektro kettensäge für dich lohnen oder nicht darum soll es in diesem video gehen das amazon angebot dazu werde ich dir auch unten in der video beschreibung verlinken was hat es denn mit so einer mini akku kettensäge auf sich also der vorteil ist die leichte handhabung für einfache arbeiten im garten hier meinen ast abschneiden da meinen strauch ein bisschen stutzen ist es einfach ideal weil eine große kettensäge kettensäge ist immer so unhandlich im transport braucht zu viel voreinstellungen und so weiter mit einer mini akku kettensäge geht das alles viel schneller und unkomplizierter aufladen und los geht ist außerdem hast du hier kein nerviges kabel im weg ein weiterer vorteil und genau ja du hast hier sogar akku und schnell ladegerät direkt dabei was will man mehr 1000 watt mini kettensäge hat also für die kleine größe doch auch einiges an power langlebig hohe schneideffizienz schnelle geschwindigkeit was will man da noch mehr produktinformationen und eigenschaften kannst du dir selbst auch noch mal in ruhe und frieden auf der angebot seite von amazon ansehen auch das ergonomische design wäre zum beispiel noch zusätzlich als vorteil zu nennen ob es für dich die passende mini akku kettensäge ist kannst du alleine am besten beurteilen mach dir doch noch dein eigenes bild zu grenentoll mini akku kettensäge das amazon angebot verlinke ich hier unten in der video beschreibung vielen dank für deine aufmerksamkeit viel spaß bei der gartenarbeit alles gute und ciao ciao und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020